Der BVB gewinnt mit 4 zu 0 in Köln und erfüllt damit die zweite Pflichtaufgabe seit Ende der Winterpause. Und obwohl auch dieses Spiel, wie in der letzten Woche gegen Darmstadt, vom reinen Ergebnis sehr souverän ausgefallen ist, muss man dennoch ein paar Punkte anmerken, die dem BVB in der einen oder anderen Situation hätten sehr wehtun können. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an, bevor wir auf sehr hohem Niveau meckern. Die ersten Minuten, wie der BVB ins Spiel gekommen ist, die haben mir richtig gut gefallen. Und meiner Meinung nach war die 1 zu 0 Führung, die durch eine, das behaupte ich jetzt mal, einstudierte Eckballvariante kam, von Brandt und Mahlen verdient gewesen. Mahlen für mich in dieser Partie aufgrund seines Doppelpacks auch Man of the Match, hat viel für die Offensive getan, macht auch überhaupt nicht den Eindruck, als wenn er gerade an einen Wechsel denkt. Ich glaube, die Geschichte mit ihm kann, wenn es denn jetzt so weitergeht, eine doch erneut positive Geschichte in der Rückrunde werden. Jadon Sancho bei seinem ersten Startelfeinsatz zwar insgesamt in der ersten Halbzeit eher blass, aber immerhin hat er den wichtigen Elfmeter vor dem 2 zu 0 rausgeholt, den Füllkrug verwandelt hat. Auch wichtig für Füllkrugs Selbstvertrauen, dass er mal wieder ein Tor erzielen konnte, auch wenn es nur ein Elfer war. Aber der zählt ja trotzdem. Und ab da hatte Sancho dann vor seiner Einwechslung auch deutlich besser ins Spiel gefunden. Wenn ich auch unbedingt nochmal hervorheben muss, das ist Ian Marzen, der für mich einer der Besten auf dem Platz war. Er konnte seinen ersten Assist liefern, als Mahlen das 3 zu 0 gemacht hat. Generell hat Marzen ein richtig geiles Auge für die Pässe und ich finde auch sehr spannend, dass er immer wieder ins Mittelfeld rückt, um am Spielaufbau teilzunehmen. Wer weiß, vielleicht ist er jetzt nach und nach ein wichtiger Teil der Lösung eines großen Problems beim BVB. Und auch Mokoko konnte sich mit seinem Tor zum 4 zu 0 zum zweiten Mal in Folge nach Einwechslung für seine harte Arbeit im Winter belohnen. Wenn er so weitermacht, dann wird er vielleicht wirklich noch Druck auf Füllkrug ausüben können. Wobei die Variante ihn spät zu bringen, sich auch mal so richtig lohnen kann. Zumindest ist es Stand jetzt so. Und ja, das waren auf jeden Fall mal die Punkte, die ich hervorheben wollte. Und damit hat man jetzt innerhalb von zwei Spieltagen die Tordifferenz um plus 7 verbessert. Leipzig steht gleich mächtig unter Druck. Der VfB ist wegen zwei Auftaktniederlagen auch nur noch einen Punkt entfernt. Also wenn es so weitergeht, dann ist der BVB schneller wieder in den Top 4, als einige vielleicht gedacht hätten. Nichtsdestotrotz schaut man jetzt unabhängig vom Ergebnis auf das Spiel, dann muss man schon sagen, dass dieses 4 zu 0 zu viel war. Denn wie so oft ist der BVB nach der 1 zu 0 Führung viel zu passiv gewesen, hat gefühlt um den Ausgleich gebettelt. Und ich wage mal zu behaupten, dass wir ein ganz anderes Spiel erlebt hätten, wenn der Pfostenschuss von Meiner zu Beginn der zweiten Halbzeit oder eben der Nachschuss von Thielmann sitzt. Das sind dann eben die Situationen, die ein Spiel in eine ganz andere Richtung lenken können. Und ja, da hatte Köln wirklich eine Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich. Dazu hat der BVB 13 Ecken zugelassen, 5 davon innerhalb ganz kurzer Zeit. Auch das viel zu viel. Andere Gegner holen da in der Regel mehr raus. Genauso wie es auch Gegner geben wird, die aus 19 Schüssen in Richtung Tormeer machen können. Da hatte man echt Glück, es mit der schlechtesten Offensive der Liga zu tun. Auch fand ich insbesondere nach der Führung wieder krass, wie viele unnötige Ballverluste sich wieder eingeschlichen haben oder wie oft auch einige Bälle versprungen sind. Gerade Julian Brandt ist mir da in der Hinsicht besonders aufgefallen. Das muss ein Spieler wie er einfach besser machen. Ja, ich weiß, bei einem 4 zu 0 Auswärtssieg ist das wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Meiner Meinung nach muss man aber gerade jetzt auch aufpassen, nicht die falschen Schlüsse zu ziehen. Selbstvertrauen mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Vom positiven Zehren genauso wichtig. Aber gleichzeitig auch offen dafür sein, weiter an sich zu arbeiten, damit auch nachhaltiger Erfolg wieder möglich ist. Und hey, so eine einstudierte Eckballvariante wie vor dem 1 zu 0 und einige geniale Kombinationen in diesem Spiel, die machen aus BVB-Sicht Mut, dass es langsam in die richtige Richtung geht. Dass noch einige Negativ-Automatismen aus der Hinrunde, ja, noch nicht gänzlich abgestellt sind, das war zu erwarten. Von daher, die Spannung, wie es weitergeht, steigt weiterhin. Fortschritte sind definitiv zu erkennen. Die Ergebnisse sind nach langem auch mal wieder deutlicher ausgefallen. Und das bei Gegnern, wo der BVB sich auch gerne mal, ja, gerade in der jüngeren Vergangenheit, so richtig schwer getan hat. Und das bei Gegnern, wo der BVB-Sicht ist.